Willkommen zu unserer Road to FNs 24, heute in Formel 1 2020, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Let's go! Mit dem pinken Mercedes geht's also hier mitten ins Rennen rein, neben meinem Teamkollegen Richtung Turn Ends. Ich trau mich hier nicht ganz so spät bremsen wie die anderen. Ich denk mir so, fuck, Ocon wird hier safe reinfahren. Aber die Ress kann man hier auch richtig gut dran sich sorgen. Wir fahren hier unfassbare 329 kmh und Sepp hält hier tatsächlich noch rein, obwohl ich nicht habe. Wir sind hier saunah an Alex Albon dran. Schaffe ich es hier innen? Diesmal sauber an meinen Konkurrenten vorbei. Ja, Albon macht hier genug Platz, weil er genau weiß, dass ich der Trottel bin, der ihm hier gerade das D-Rest schenkt. Erster Bahn Ocon ist draußen, schade. Und jetzt gibt es tatsächlich VSC, Leute. Das kann Game Changer werden. Das ist so eine unfassbare, unfassbare Macht. Ich brems hier verdammt spät, fast zu spät, aber es reicht hier.